Hallo und herzlich willkommen hier bei MCI und bei RCT2 Germany etc. pp. Heute ist eigentlich Inselfiebertag, aber der Stefan hat leider klitzekleine technische Schwierigkeiten, nämlich dass sein neuer PC nicht mehr aufnimmt, warum auch immer. Das Problem haben wir heute Mittag versucht zu lösen, wir sind noch nicht dahinter gestiegen, dementsprechend war es jetzt zu knapp, um noch irgendwie Inselfieber zu machen, falls es jetzt funktionieren sollte, ich weiß es nicht. Deswegen springe ich jetzt hier kurz ein mit diesem unglaublich interessanten Video. Und zwar geht es um die Einsendungen für die zweite Runde in meinem Let's Coaster. Das erste Let's Coaster läuft momentan, also gestern ist ja die erste Folge erschienen, morgen kommt dann glaube ich auch die zweite, wenn ich mich nicht irre. Und das Ganze wird insgesamt von Folgen haben und danach geht es dann weiter mit dem nächsten. Deswegen würde ich sagen, dass wir uns direkt daran machen, dass ich euch jetzt direkt die Aufgabe gebe, dass ihr euch ein bisschen mehr Zeit habt, euch vorzubereiten, als die Woche, die wir das letzte Mal hatten. Und zwar bis zum 28. September. Das sind jetzt fast zwei Wochen. 28. September habt ihr Zeit und zwar möchte ich einen Arrow Looping Coaster. Sprich, als Beispiele dienen da Wall-E-Coaster, Superwirbel, Viper, die der Stefan ja so unglaublich liebt, Great American Scream Machine, lauter so Sachen. Ob das jetzt Arrow oder Weghobe ist, ist es total wurscht, weil es im Prinzip dasselbe ist. Von daher, irgendwie sowas in diese Richtung, ich bin sicher, ihr kriegt wieder tolle Sachen hin. Und für alle diejenigen, die sich mit der Bezeichnung nicht so auskennen, ich möchte eine Schrauben-Achterbahn. Ja, Schrauben-Achterbahn. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder an dieser Stelle. Kurz und knackig oder viel Gelabe und nichts dahinter. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein und beim nächsten Mal Inselfieber, falls wir es dann wieder zum Laufen kriegen. Und bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal Inselfieber, bis zum nächsten Mal Inselfieber.